Wie ihr sehen könnt, sind wir hier angekommen und haben uns schon eingelebt. Heute hatte ich meinen ersten Morgen in Portugal. Die Bestie hat uns gehütet. Also, okay, jetzt sind wir am Liegen. Ich will hier nicht aufstehen. Ich bin dafür, dass wir backen und Wasser schmeißen. Hallo, das ist eine Strafe! Was passiert hier? So, ich stücke den Salat zuständig. Die Jungs sind nach Brüllen. Der Chef von Köpfe, der CEO. Die anderen Jungs sind Plästchen abstehen. Die住 Kirschsteller. Ich wünsche den Spankeien die Fraktion. Diese Eater ist der tenure aufgrund dessen. Der Tag Jeans verbessern. Hier wcześniej vom Christian- indeed föreffen. Und das Jeans inhiblicht. 城 in Nien ist es hingeben. Auch im Urlaub dürfen die richtigen Mineralien und Vitamine nicht fehlen, deswegen benutzen wir die Produkte von Pefferm Plus. Mit dem Code Boratov10 bekommt ihr 10% auf alle Produkte. Viel Spaß beim Einkaufen. Guten Morgen Freunde, wie ihr sehen könnt sind wir hier angekommen und haben uns schon eingelebt. Heute hatte ich meine erste Morgenseinheit in Portugal. Das ist so eine Routine bei mir, vor allem weil ich halt Probleme mit meinem Rücken hatte und dementsprechend bin ich jetzt leider dazu verpflichtet das jeden Morgen zu machen. Es sind drei Viertelstunden Dehnübungen und Stretch-Übungen, also falls einer Rückenprobleme hat, checkt das ab. Komm film mal stein, da freuen sich die kleinen Sträuche. Fahr hoch Junge, komm! Du bist kein König aus Portugal, komm hier runter. Wie ist das Wasser? Super Junge. Was sagst du? Was meinst du? Du kannst das von hier bis nach da rein, unter Wasser. Ja, schaffst du. Ich kann ja nicht schwimmen, es ist nicht so einfach. Du bist fast gestorben. Ich bin erstmal rein, oder? Mit Handy? Bruder, mit Handy? Ja, klar. Wir können das. Das Handy wird nicht mehr arbeiten. Natürlich, Bruder. Niemals. Natürlich, Bruder. Bist du 20 krank? Pass das doch auf und dann ist mein Handy kaputt gegangen. Aber welche denn? Sieben pro Mal. Sieben. Zehn, elf, zwölf. Mach dir keinen Kopf. Boah, ist das schönes Wasser, Alter. Das ist ein erwünschter Morgen. Der König der Merati ist jetzt fertig mit Baden. Oh, hat das gut getan. Die Bestie am Schlafen. Die Bestie hat uns gehüttert. Was macht die Bestie gerade? Wir gehen besser beobachten. Wie soll ich sagen, was ich mache? Sowas wie ich nennt meinen echten Bruder. Wenn du Besuch hast, schläfst du auf der Couch, damit du Besuch auf dem Bett schlafen kannst. Meine ganzen Hunde, diese Maus, hab ich alle auf dem Bett schlafen lassen. Und ich selber, der Anführer von denen. Alter Schwede, da muss ich auf der Couch schlafen. Und ich wurde dafür totgestochen von den Mücken. Die Maus und Mücken hab ich gewissen. Jo, was läuft. Die erste Nacht war miserabel. Die Mücken haben uns auseinandergenommen. Mein Bruder. Ne, hier steht das, glaube ich. Tamik ist leider nicht hier. Tamik, wir vermissen dich mal. Also, okay, ist das mal am Liegen. Er wird schon nicht aufstehen. Wer? Ja, wie haben wir gesagt. Ich bin dafür, dass wir Backen und Klasse schmeißen. Jalla. Das ist eine Strafe. Das ist eine Strafe. Der nächste Schiff. Der Schiff wird in Spaß. Allah, du hast keinen Verdauung. Wir schauen nicht. Doch, ey, das ist der Mann. Und jetzt wird immer das hier, mit dem ich am liebsten schläge. Ich hab euch gesagt. Schriftstange. Und dein Wasser? 1,5 10,11,12 Heiter, weiter 12,13 15,16,17 18,19,20 Los geht ab Wir sind hier unterwegs mit dem Duda Toch Brothers Unterwegs So wie die Nacht, mein Herz zusammen friert Oh, schau, so behindert Können wir uns ringen? Komm, ringen wir, komm Ich bin vor, wenn ich das überlege Der Chefkocht, Meister himself Das erste und letzte Mal, viel zu stressig, ne? Ja, morgen geht es richtig Die Jungs fahren einkaufen Hol mal die Kiste raus, hol mal die Kiste raus Kack dich mal rein Ich kann noch einen nehmen, glaub ich Fertig Was leichtes Wir waren kurz, ein bisschen einkaufen Wir wollten und Damen was grillen Dementsprechend haben noch ein paar Sachen gefehlt Mussten wir einkaufen Ist nicht so groß der Einkauf Aber für den heutigen Tag wird es nicht mehr reichen Juhuuu Ganz kurz Drei Kisten wurden schon reingetankt Drei Kisten wurden schon reingetankt Drei Kisten wurden schon reingetankt Und diese einkaufen, ne? Wenn dein Bruder einkaufen geht 380 Euro Dem gestern 360 Euro ausgeben für was? Guck mal 380 Euro für heute für was? Ich bin stolz auf dich Juhu Eihua Ui Auf kein Fall Ja Jungs, ihr müsst alles einräumen und so, wir gehen jetzt Fleisch holen vom Dings, vom Libanesen. Ein Mexikaner, siehst du, trägt auch, kann doch nicht wahr sein. Das Schwerste hier. Sogar Waschenmittel, wollt ihr Wäsche waschen? Auf richtigen Haushalt. Sogar Wäsche im Urlaub. Guck mal. Da würde mal einer sagen, wir wären unhandlich. Hört mal zu Jungs, ich bleib hier, ich stehe jetzt mit einem. Jungs, du musst nur noch Fleisch kommen, guck mal hier. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Warte. Ja? Was sieht heute noch aus? Wurde heute schmeißen eine kleine Grillparty. Bisschen Abwechslung, am Spulchillen und andere wollten wir noch einen Challenge drehen. Aber das ist nochmal später, ja. Wir haben euch überlegt, noch an den Strand zu gehen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es heute noch klappt. Weil wir haben echt noch viel zu tun. Der Grill muss gar nicht gemacht werden, sauber gemacht werden hin und her. Also da ist echt noch viel zu tun. Eventuell bleiben wir heute erst mal hier und dann gehen wir morgen auf jeden Fall zum Strand. Wir brauchen auch Ruhe generell, mal ein bisschen mehr zu gehen. Den Anstieg erfüllen. Und ja, hier gibt es auch immer viele klasse Orte, die man sehen muss. Und das wird auch immer noch gemacht. Guck mal hier, was alles gut hat, komm mal her. Jedes Zimmer habe ich einen geholt. Habe ich Spray geholt. Hier. So, fangen wir hier an. Direkt. Du weißt, was ich meine? Guck mal jetzt. Gehen wir das Wohnzimmer einmachen. Hier, das ist sehr wichtig. Wir hatten, die erste Nacht war sehr unruhig. Sehr, sehr unruhig. Mitten. Wir haben uns auseinander. Ich bin jetzt im Morgen schlafen gegangen. Weil ich bin auch kein so totgebissen worden. Ihr habt ja mitbekommen. Ich musste mein Zimmerlein abgehen, weil wir noch Besuchprogramm hatten von einem guten Freund. Guck mal hier. Reindrehen, auf eins drücken und reinstecken. Aber so. So. Bruder, Köfte hier. Köfte hier. Der Chef von Köfte. CEO. CEO von Ismir Köfte. Woher eine? Okay, Frosé? Warte, wir haben einen Platz. So. Nicht nur für den Salat zuständig. Die Jungs sind am Grill. Die anderen Jungs sind Playstation am Spielen. Also die Nichts-Nutzer sind Playstation am Spielen. Kannst du auch gerne mal gucken, wie der Playstation am Spielen ist. Zuschauer wissen, wer in dieser Villa, die ein Nichts-Nutzer ist. Was geht hier ab? Der Onkel ist auch wieder zurück. Euer Onkel ist wieder da. Was passiert hier? Der Grill ist noch nie wieder da. Der Grill ist fast ready, Bruder. Das will ich auch für euch brauchen. Ganz wichtig erstmal, alles waschen. Schnell mal. Schnell mal so. Medium. Medium. Well do их. Alles. Wo ist Nusred? Wo. Wo Nusred? Ich nehme noch Zeit, dann musst du danach. Schliße machen. Wo war Nusred als wir hier Jänen gejagt haben. Wo? Boah! Hey, Schlagn muss retten! Beste Föller. Ripp für die Ripper. Hast du Schwein? Ja, Bruder, aber richtig schwein. Beste Schwein. Achler Schwein. Ok, Dankeschön Habibe Ok. Dankeschön Ok. Du bist die 1, Bruder. Du bist die 1, Bruder. Du bist die 1, Bruder. Einmal rein und noch einen Applaus für Ausgabe. Danke, danke. Du bist die 1, Bruder. Einmal rein und noch einen Applaus für Ausgabe. Danke, Bruder.